was für ein wahnsinns wetter herrlich das muss ich doch gleich mal ausnutzen wenn die sonne so schön scheint das schöne ist ich habe hier so einen kleinen sprung gefunden da werde ich mich gleich mal ein bisschen daran auslassen das ist zwar jetzt kein wahnsinns großer sprung noch nicht mal knie hoch aber die landung ist gut die anfahrt ist sehr gut leichtes gefälle auch also nicht ganz viel pedalieren und müsste eigentlich ganz easy sein wenn ja schon andere sprung gesprungen aber ich muss immer noch so ein bisschen an meiner pedal technik arbeiten weil da hüpfe ich dann das ein oder andere mal von den pedalen ich habe ja schließlich keine klickpedalen sondern nur die flat panels weil ich sehr 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 damit zufrieden bin und bei normalen springen funktioniert das auch alles aber irgendwie ist es eine kopfsache und wenn das ding dann also die hürde ein bisschen höher ist und vielleicht links und rechts bäume im visier sind dann macht mein kopf zu traue ich mich das irgendwie nicht zu springen oder bin etwas verhalten naja und dann schleichen sich diese komischen fehler ein diese komischen fahrfehler wenn ich dann von der pedale hüpfen würde wäre das gar nicht so gesund naja gut ich probiere es einfach mal aus also ich tobe mich hier mal aus sagen wir es mal so ausprobieren tue ich ja sowieso immer ganz gerne alles und naja schauen wir mal dass man die gläser noch an den auftritt Für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen too much aussehen, mit hellem Fullface-Helm, aber ich habe einfach das Gefühl, meine Knochen sind nicht mehr die jüngsten. Da muss man Vorsorge treffen. Jetzt wollen wir das Ganze doch mal in einer anderen Perspektive aufnehmen. Das überknüpft, ich hätte fest die Kamera mitgenommen. Nein, die Landung war okay, die Kamera stand da auch schon genau richtig, alles gut. Ich müsste mehr von diesen Dingern hier haben. Ich habe mir das sicher auch wieder richtig gut an. Jetzt noch die andere Perspektive. Jawoll. Das coole ist, einfach den Turbo an, den Berg wieder hoch und dann kann man schwuppi wupp gleich nochmal fahren. Das Schöne ist, ich brauche ja nicht mal viel Schwung, laufen lassen, tief, hoch, springen. Und schon war es das. So, Mann, ich kann mich irgendwie nicht trennen heute hier von dem Ding. Auf den Pedain bleibe ich jetzt schon mal. Da möchte ich jetzt einspielen. Da möchte ich jetzt einspielen. Das ist jetzt einspielen. Da bin ich. Und jetzt auch noch ein paar Wurmeer. Es klappt, mein Herz guckert nicht mehr so doll, auch wenn es nur ein kleiner Sprung war, aber ich brauche meine Sicherheit einfach wieder. Es war keine schöne Auffahrt und auch keine schöne saubere Anfahrt, aber man landet weich, von daher sollte das klappen. Das war's schon, klein und fein, richtig cool. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Was für kleine Leute, aber die Sprünge sind gut. Also der Step Up, da muss ich echt aufpassen. Jetzt das ganze nochmal, aber den Step Up nicht ganz so impulsiv nehmen. Oben der Sprung, der ist toll, der ist cool, aber unten fliege ich einfach zu weit. Ah, der war besser. So, reicht für heute. Okay. 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 Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020